So und das war schon wieder zu The Division. Wir machen uns jetzt mal zum Einsatz. Machen wir uns auf den Weg dorthin. Einsatz, Einsatz. Ich will einen Einsatz, 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 Einsatz. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Okay. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst. Unterebene 3. Okay. Den haben wir. Komm. Nächster. 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 Komm her, komm da raus. Ich will die auch noch haben. So. Haben wir den auch. So, wo sind denn die anderen? Waren das alle? Das waren doch noch nicht alle, oder? Waren das schon alle? Ist jetzt gar kein mehr hier. So. Können wir hier so drauf? Nein, können wir nicht. Schade. Und hier gibt es auch nichts, was man mitnehmen könnte. Nehmen wir mal unsere andere Waffe. Uh. 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 Komm. Hatte ich gar nicht gemerkt. Sondern eine schöne Miene am Rücken hatte. So. So muss das was? Ist da hier irgendwas? Ach guck mal. Dietrich. Zack. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Eine Maske. Ja. Weil die jetzt wirklich brauchen, weiß ich nicht. Wird irgendwas großartiges für bekommen. Money. Technisch immer die verkaufen. Keine Faxen hier. Das geht ratzfatz. Dann bist du weg. Rhodes ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen. Aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Jup habe ich verstanden. Ja. Ja. Dass wir jetzt nicht daran vorbeigelaufen und einstellen konnten, wie schwierig die Mission wird. Oder. Oder was. Eigentlich wollte ich ja schwer machen. Und. Bam. Toad. Beide oder was. Haben wir hier irgendwas Schönes. 67 XP. Multi-Kill. Das ist natürlich alles fantastisch. Alles super. Ja. Müssen uns trotzdem mal einen neuen Anzug besorgen. Das wird jetzt hier jedes Mal nur. Entschuldigung. Eine Granate mitnehmen können. Das ist schon. Das ist schon arm. So. Was haben wir hier? Nahrungskonserve. Nahrungskonserve. Achso. Wir sollen da weiter runter. Mission. Muni ist aufgeladen. Was haben wir denn hier unten Schönes? Checkpoint. Die Infektion ausbrennen. Und zwar inklusive der Leute, die versuchen sie aufzuhalten. Also Vorsicht. Sie arbeiten in Teams. Ach guck mal an. Da sind sie. Was bumm. Und sie hat bumm gemacht. Beide. Alle mitgenommen. Das war immer nice. Sie sollen jetzt hier in den kontaminierten Bereich. Machen wir sofort. 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 Aber vorher können wir uns ja hier nochmal ein bisschen umschnuppern. Achso. Sollen wir gar nicht hier rein. Jetzt einfach mal hier reinspringen. Kontaminierter Bereich ist oben. Gut. Ja gut. Wir sollen hier runter. Machen wir das. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollar-Grippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Jupp. Kontaminierte Zone. Aber da können wir ja rein, ne? Haben wir unsere Maske auf. So. Was haben wir denn? Der stellbare Schoner. 41. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Tch, 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 tch. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. So. Aktivieren Sie das Energie-Rallet. Aktivieren Sie das Energie-Rallet. Ist hier keiner von denen, oder wat? Können hier runterklettern, aber auch hier runtergehen. Ich geh erstmal ja hier hin. Mal hier noch was Schönes da. Ich glaub erst aktivieren und dann sollen wir runter. Geh jetzt mal hier lang. Nichts besonderes. Aber hier. Auch nur eine Nahrungskonserve. Und dann können wir hier sowieso nur wieder hoch. Super duper. So. Nächster kontaminierter Bereich. Also hier bräuchten wir sowieso schon Luftfilter. So. So. Mit allem gut ausgestattet. So mal jetzt hier. Oh. 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 Zack. So. Guck mal da drüber weg. So. So. Haben wir doch illuminiert. Also. Ratschatz ging das. Was haben wir denn hier Schönes? Achso. Wir sollen dann nur hier hoch. Wir sollen dann nur hier hoch. Wir sollen dann nur hier hoch. Das machen wir. So. Haben wir hier noch irgendwas fantastisches. Okay. Jetzt können wir. Jetzt hier wieder anstellen. Aber. 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 We're looking for the freedom. Wir schauen uns vorher erstmal nochmal ein bisschen hier um. Aber. Nichts. 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 Können wir das auch anstellen. Machen wir das an. Machen wir das an. Wow. 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 Das ist alles Leichen amerikanischer Soldaten oder was? Oh. Ja. Der war schlecht geschossen. Ey. Das war ja richtig. Fui deibel. So. So. Noch einer Ärger. No, 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 no. Was anderes Schönes haben wir hier nicht, ne? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Was haben wir denn hier? Auch nix. Auch nix besonderes. Es gibt so 20 Währungspunkte oder was. Ne? Wenn überhaupt. Hier unten soll man stoppen. Das Ende. Oder wat? Kommst du denn schreien? Ja. Ja. Schöne Kiste oder so gibt's auch nicht. Können wir einfach mal hier runterjumpen. So. Oder Vorsicht da. Was kommt jetzt? Wir haben Strom. Komm, komm. Sehr schön. Kommt mal hier durchgelaufen. Können wir keinen Stromschlag bekommen? Ja. Was für ein Headshot. Kann ich einfach durchlaufen? Ich dachte, vielleicht kriegen wir hier vielleicht noch einen geschossen, wenn das so blitzt. Wenn wir Pech haben. Kommt Boss oder? Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ah, schade. Fuck, 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 fuck. Schade, er brennt nicht. Aber er. Boah. Kann ich schon mal eben nachladen. Heddy, aber was für einer. Der ist mit Phorus da runtergeklatscht. Fuck. Okay. So. Dumm, 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 dumm. Ja, wie gesagt, das ist schon ziemlich einfach. Ich gehe mal davon aus, dass wir das nochmal auf schweren Suchten werden. Ich weiß nicht, wo das jetzt war, dass wir die Stufe einstellen können. Anscheinend habe ich das übersehen, weil das wollte ich eigentlich von vornherein machen. So. So. Hier. Zack. Schade, er ist nicht tot. Der aber jetzt. Oh, ist er. Jetzt ist aber tot, dieser. Wee. Noch mehr. Ach, guck mal, wie er da an der Tür hängt. Wie süß. Dumm, achso. Sollen wir wieder jetzt hier reinballern, oder was? Achso. Oh, ist das so ein Tot-Real? So mäßig, oder was? Deswegen ist das so einfach. Aber wir jetzt. Lernen sollen, wie das funktioniert. Dass wir diese. Stromkreisel. Wieder aktivieren. So, wo ist es? So. Da oben sollen wir hin. Bis hierhin ist hier aufgeräumt. Oh, doch nicht. Da kommen schon die nächsten. So, erstmal ablegen. Da. So. Wo ist der andere? Geht davon aus, ihr seid zu zweit. Jupp. Doch noch. Waren doch nur zwei. Der eine lehnte noch so ein bisschen da drüber. Ja. Rennen können wir damit nicht. Nur nur mal. Joggen. Bum. So. Limit das Ding. Ja, endlich nach Hause. Reicht jetzt. Dun, du, 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 du. Nun, 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 nun. Können wir es jetzt endlich reinpacken? Hoffentlich. Zack. Aktivieren Sie das Energie-Relais. Na bitte. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. So, sollen wir jetzt den Steuerraum erreichen. Machen Sie auf den Weg zum Steuerraum. Dum, 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 dum. Ach, guck mal. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Bieste, aber vielleicht haben wir Glück. Soll ich auf Paul Woltz warten? Ach, da oben. Der Böse. So, da sind sie doch. Na, 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 hier. Achso, da ist nur blind, oder was? So. Alles gut, oder? Ich würde sagen, es waren doch bestimmt nicht alle. So. Fuck, 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 fuck. So. Tot. Jetzt kommen sie von da an, oder was? Anscheinend, ja, und blindt nämlich die Lampe. Zack. Du bist Boss, oder was? Festgesetzt. 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 Noch mehr cleaners, da. Und ich bin am Arsch. Noch mehr cleaners da. Jo. Da war seine eigene Männer angezündet. Das finde ich super. Von wo? Ich will ziemlich veräppeln, der schießt da unter den Boden her. Können hier durch den Metallboden damit schießen. Oh, ist der Boss. Mit einem Flammenwerfer. So, erst mal Medikit. Hier. Ah, nein, 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 nein. So. Ach, fuck, das wollte ich gar nicht. So, der ist schon mal platt. So. So, eine Brandgranate. Schon gut. Hier. Hier ist noch eine Granate. Hier ist noch eine Granate. Rüber hier. Ehh, wie weit kommt er denn damit? So, auf Distanz ist gut. Boah, er war ja schnell, ne? Das richtigen Flitzer. In den Kopf. Ja, ich bin schon gar nicht mehr da, aber egal. Ah, komm einfach wieder hier hoch. Das war so super, sehr nett. War jetzt nicht im Kopf. So. So, sein Schilte schon. Gut down. Ui, 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 ui. Boah, ich will gar nicht wissen, was abgeht, wenn wir das auf schwer spielen, Alter. Natürlich sind wir dann vielleicht eventuell mit mehr Leuten noch unterwegs, aber... Und aber es sind auch noch mal deutlich mehr Gegner und so. Gar nicht wissen, was da auf uns abrollt. So, ist was so ein schönes. Den Aufzug betreten. Machen wir das. Checkpoint, Checkpoint. This is the Checkpoint, Checkpoint. Checkpoint, Checkpoint. Das ist ein GTF-Ingenieur, der keine allzu hohe Meinung von der Division oder der Regierung hat. Das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn sie wieder hier sind. Äh, sperre den Tech-Flügel. So, ja. Aber ist doch geschafft, hier irgendwo soll ein Kistchen sein. Da ist ein Pack, ein Is-Pack. Das sacken wir uns eben noch schnell, schnell ein. Und dann machen wir einen Cut. So, Mineralwasser. Vielleicht sehen wir uns dann an der Hauptbase wieder, wenn wir uns dann auf dem Weg zur nächsten Mission machen. Oder Safe House. Bis dann, meine Damen und Herren. Euer Games4U vom Channel Buddha. Nein, andersrum. Euer Player Big Buddha to the Sea vom Beide. Hofer hat. Du. 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 Du.